Bildergeschichte Das ist Umweltmann. Was macht er der Umwelt zuliebe? Er spart Energie. Wie denn? Er macht das Licht aus. Er fährt nicht Auto. Nein! Er fliegt. Aber manchmal fährt er mit dem Fahrrad. Was macht er noch der Umwelt zuliebe? Er sammelt Aludosen. Natürlich benutzt er den gelben Sack. Und wenn er einkaufen geht, benutzt er einen Stoffbeutel. Statt Plastik oder Papier. Umweltmann ist umweltbewusst. Aber wer ist nicht so umweltbewusst? Ach du meine Güte. Der Mann verschmutzt die Luft. Umweltmann ist entsetzt. Das Auto verschmutzt die Luft nicht mehr. Man soll das Auto nicht anlassen, wenn man steht. Danke Umweltmann, unser Held. Und ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Danke, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Deswegen, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vielen Dank.